und NBSP der Bevölkerungsfonds der Vereinten Nationen ist der weltweit größte Fonds zur Finanzierung von Bevölkerungsprogrammen. Er wurde 1967 als Treuhandfonds eingerichtet und begann seine Arbeit 1969. Seit 1972 ist er ein Nebenorgan der Generalversammlung der Vereinten Nationen. Seit 2011 ist bei Batunde Ossetheim hin Exekutivdirektor. Zur Beurteilung der bevölkerungspolitischen Lage werden seit 1969 jährliche Weltbevölkerungsberichte veröffentlicht. Sie dienen als Beratungs- und Entscheidungsgrundlage auf den Weltbevölkerungsgipfeln. Die Prioritäten und Förderungskriterien haben sich im Laufe der Jahrzehnte ständig geändert. Angesichts der hohen Geburtenziffern, des weit verbreiteten Analphabetismus und der unterdrückten Frauenrechte Heute in den meisten Entwicklungsländern liegen die Programmschwerpunkte heute in den Bereichen sexuelle und reproduktive Gesundheit, Familienplanung, Bildung, Gleichberechtigung der Geschlechter, Schutz vor Gewalt gegen Frauen und Kinder. Finanziert wird der Fonds aus freiwilligen Beiträgen der Mitgliedstaaten der Vereinten Nationen. uschmibert wird der Fonds aus partir weder Zeit für die Frise der peacen wonderenuernd. Untertitelung des ZDF, 2020